Tja, also haben wir halt eine Fäde mit Batista, das ist jetzt nicht unbedingt mein Traumfädengegner, gerade nicht in Bezug auf den Royal Rumble, aber es ist immerhin mal etwas, immerhin passiert überhaupt mal was, von dem her bedanken wir uns für den, was wir überhaupt kriegen und dürfen nun ran gegen Luke Harper, aha, der gute alte Brody. Tolle Zeit, tolle Zeit. Brody Lee werden wir jetzt aber recht schnell in die Schranken verweisen, schön mit seinem kleinen Tüchlein, das haben sie bestimmt immer noch animiert, aha, Bootsmann also, meine Frau ist eine Bootsfrau, ganz genau weiß man da, wie es läuft. Ähm, haben sie bestimmt noch von Jeff Hardy, wollte ich glaube ich sagen, aber egal. Ähm, ja, wir werden recht schnell hier Feierabend machen, aus dem einfachen Grund, weil ich hier vorwärts kommen will, recht schnell zum Ende der Fäde kommen will, ich denke mal, dass wir hier eh noch zwei Matches haben werden, bevor wir auf Batista dann beim Royal Rumble treffen. Und ich bete, dass es ein Nordic-Match sein wird, denn es muss doch eigentlich so, es würde zum Verlauf der Fäde passen. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, glaube ich da recht schwer dran, weil, wie gesagt, wir hatten solche Matches jetzt gefühlt noch überhaupt gar nicht, bis auf halt sowas wie die Tatsache, dass wenn wir mal ein Triple-Third-Match haben, deswegen habe ich auch zu den Waffen gegriffen, weil wir sonst ja gefühlt nie die Chance zu kriegen, überhaupt mal Waffen zu sehen oder geschweige denn irgendwie richtig zu eskalieren. Sag mal, was verprügelt mich denn der Brody hier so? Können wir mal aufhören? Sag mal, Brody, jetzt aber, jetzt aber genug. Jetzt ist genug. Genug ist genug. Reverse DDT jetzt erstmal. Der macht ja hier übelste Party. Meine Herren, ey. So, ja, Brody will, dass ich... Ah, hat er gut gemacht, hat geguckt, wie muss ich es einschätzen, aber nö. Da steigt er gleich über das oberste Seil. Brody Lee ist halt eine harte Nuss. Aber das war allerdings auch sehr stark. Das kommt jetzt vom Wolf. Ah, guck mal, da wird der große Mann einfach niedergeprügelt. So kann man es natürlich auch machen. Oh, Sleeper holt der Wille. Luke Harper draushalb des Rings. Ein bisschen müde machen, aber der German... Uh, der sah ungesund aus. Der sah nicht schön aus. Ja, komm her. Luke Harper. Ich bitte euch. Ja, geil. Der ist super. Aber das ist echt klasse. Passt irgendwie auch ganz gut, ey. Respekt, ey. So, jetzt schauen wir mal, dass Luke Harper hier schnell noch besiegen. Oh, ja, gut, das war jetzt nicht so wild. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch schnell... Ach, guck mal, ach, das ist ja super nett, Luke, dass du dich da perfekt für mich hinlegst. Dankeschön. One, two. Oh. Aha. Aha. Okay, Luke. Okay. Komm hoch. Komm hoch. Der Wolf hat da nämlich noch ein bisschen was in... Petto! Komm her. Komm her. Nein. Doch. Doch, ich weiß genau, dass das... Hä? Yo, was ein Backsuplex. Der hat das einfach mal kurz unterbrochen. Das ist nicht okay, Luke. Aua. Boah, jetzt rastet Luke Harper nochmal aus. Boah, was ein Big Boot. Hallo, ich hab gesagt, Schluss jetzt. Mann, ey. Luke Harper, es tut mir leid. Aber Brody, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Ich befürchte fast, dass der da auch nochmal auskickt. Nein. Ein Finisher ist nun mal ein Finisher. Und so gelingt es auf jeden Fall mal hier ganz klar, Luke Harper zu besiegen. Immerhin. Wenn ein Luke Harper zu besiegen ist, definitiv mal eine Ansage Richtung Batista. Aber da passiert nix. Keine Animationen, kein Batista. The Wolf wins. So stelle ich mir das vor. Jetzt bin ich gespannt, wie weit das jetzt... Was ist das eigentlich für ein dummer Bug, ey? What an incredible... Schnauze. Ewige Nummer 1? Warum? Was war daran? Fünf Sterne Match. Ach du K, ihr seid doch durch. Wenn du schon deine Zeit mit diesem Wicht verbringst, wie wär's dann, wenn du mit mir in den Ring steigst? Ja, unser Match ist doch angesagt. Was willst denn du? Ich bin ganz sicher, das wird anders laufen. Ja, dann los. Wann ist der Royal Rumble? Kümmer dich, Batista. Als würd's daran liegen. Mann, das passt ja ganz gut vom Storytelling her. Ich hab verloren. Er verhält sich nicht unbedingt grad wie ein Face, weil ich ja ganz gerne dann Batista als Face verkaufen würde. Ne, kann ja nur in die Hose gehen. Was ist jetzt? Hallo? Warum kommt da kein Menü oder so? Menü? Hallo? Ach so. Ach so. Luke Harper wollte nochmal Rematchen. Da kommt Batista, verprügelt Luke Harper. Und dann ein Match gebe ich zusammen. 2K, ich bin der Heel. Meine Heel-Leiste ist voll. Warum kämpfe ich gegen einen Heel? Das macht doch alles keinen Sinn, verdammt. Okay. Scheiß auf Royal Rumble. Weiß. Hast du gesehen, was ich mit deinem Gegner angestellt habe? Willst du das Match abbrechen? Du hast Glück, dass wir beim Pay-Per-View ein Match mit Regeln haben. Sonst würde dir das auch passieren. Ich will kein Match mit Regeln. Batista. Hast du nicht verstanden? Aufs Maul soll's geben. Rob Flynn, ich entschuldige mich dafür, dass der Match abgebrochen wurde, weil keine Herausforderung gefunden wurde. Ich werde Ringrechter beim Pay-Per-View für den Fall bereithalten, dass Batista versucht, dein Match zu einem Straßenkampf zu machen. Warum? Ich bin doch böse. Ich habe nichts gegen den Straßenkampf. Das war ne Scheiße, ehrlich mal. Was ist denn das denn eigentlich für Ladezeiten? Sind wir im Jahr 1800 oder was? Was dann ist jetzt das Match gegen Batista oder was? Wow. Rob the Wolfling gegen Batista beim Royal Rumble. In einem Match mit Regeln. Das kann doch gar nix werden, oder? Das kann doch gar nix werden. Match mit Regeln. Ich freu mich, Batista, jetzt kommt die Rache. So, wollte man ihm mal ganz kurz erzählen lassen von seiner WCW-Geschichte. Ja, jetzt hat Batista, ganz ehrlich, das ist, das Match hat so einen zeltsamen Aufbau. Das ist schon wieder, nö, Batista, nö. Das ist für mich schon wieder so meh vom Aufbau her, dass ich noch nicht mal Lust auf das Match habe. Weißt du? Es ist an sich ja sehr geil, Mann. Wir sind beim Royal Rumble. Das ist ja an sich alles neu für uns und ziemlich episch. Sollte es eigentlich sein. Aber jetzt so irgendwie... Oh, göttlich, der TKO! So, Batista, mal gleich ein klares Statement gesetzt. Ja, komm, wir gehen mal wieder zurück in den Ring. Wir wollen ja nicht, dass das so komisch endet. Und dann rennt er in den Big Boot! Ne, ganz ehrlich, Batista, ich werde dich jetzt einfach ganz kurz vernichten. Aber das ist mir ein bisschen zu blöd. Okay. Weil diesmal gibt es auch keine Batista-Bomb, weil, äh, ne? Oh! Die Invert-E-Durac-A-Rana! Ja, boot mich aus! So, jetzt habt ihr es langsam verstanden. Und der Spinebuster again! Okay, und jetzt übeln sie wieder. Ihr seid doch durch, ey! Ihr seid doch einfach durch und scheiße! Wahnsinn! Okay, Batista! Das wird jetzt ein Squash für das, dass du mich besiegt hast! Das wird jetzt ein Squash für das, dass du mich beim letzten Mal besiegt hast, ey! Oh, Batista konzert mit dem Jawbreaker! Oh weh, oh weh, damit hat natürlich jetzt keiner gerechnet! Oh, Batista hebt ihn da gleich mal hoch und einen brutalen Suplex! Der war nicht schlecht! Der war wohl nicht schlecht, ey! Oh, Batista wird auch ausgebucht, Mann! Ihr könnt euch aber auch überhaupt nicht entscheiden, oder? Ah, Batista wird jetzt einfach in der Ringecke bearbeitet! Da kennt der Wolf nichts, dann wird er weggeworfen, ein Stück! Ach, Quatsch! Wie ein altes, versifftes Taschentuch! So geht das hier ab, Batista! Oh, was? Oh, nicht schlecht! Das geht doch eh... Oh, der Wolf ist schon wieder sauer, ey! So, dann gehen wir mal lieber schnell raus! Ah, zurück auf den Hallenboden mit dir, Batista! Da kenn ich nix! Oh, warte, warte, warte! Batista, warte, ich hab ne Idee! Ja, dieser Suplex-Torch, das ist auch schon eine sehr gute Idee! Oh, die Fans sind auch eher so gar nicht auf dem Platz! Oh, da ist wieder dieser unglaublich gefährliche Running-STO! Ach, Batista! So, jetzt reicht's! Na, guck mal, Batista kommt sogar wieder... Das ist ja nett! Hätte jetzt nicht gedacht, dass der Computer das macht, aber das find ich sogar ganz nett! Der wartet auch ganz brav, bis ich abgebaut habe! Scheiße! Und da gibt's nen Russian Leg Sweep! Wahnsinn! Wo hat der Batista das denn gelernt? So, jetzt hat er... Ja, okay, nochmal brutale Schläge! Hat der Batista nochmal was? Ja, zu blöd, dass du bei 5 mal wieder zurückrennst! So, und was jetzt? Boah, jo, Batista, ey! Alter, Batista, willst du mich verarschen? Der will mich doch verarschen! Na, dann gibt's halt wieder einen Suplex! Sehr schön! Der Genetic Freak! Boah, ho, 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 ho! Du hast so einen Schlag gegen Batista! Uh! Moment mal, ich will jetzt mal... Okay, wird doch nicht so schnell... ...beendet, wie ich es zuerst vermutet hatte! Boah, Batista, du fettes Stück Scheiß, du liegst im Weg! Oh, jeder, ehrlich, jetzt? Oh, was hat der wohl vor? Was hat der wohl für Tiger-Suplexe? One, two, three! Ehrlich? Oh, wow! Oh, wow! Jetzt am Tiger-Suplex! Und hier sind nur noch die Highlights! Wow, Batista! Ja, geil! Und nicht mal eine Animation danach, ey! Die Bede ist so Müll, ey! Da ist ja jetzt überhaupt nichts, was ich... Das hat doch null Impact! Ich hoffe, das gibt wenigstens einigermaßen Follower, damit wir relativ fix jetzt mal Richtung Raw marschieren, damit ich hier alle nochmal einen Grund... neuen Aufbau machen kann, ey! Das ist ja... mega schlecht! Ich rede mich nicht heraus, Rob Flynn war einfach besser! Boah, das sagt aber auch jetzt kein Heal! Du hast dir heute Abend eine Menge Schmerzen erspart, aber nächstes Mal hast du nicht so viel Glück! Ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal, Batze! Da habe ich keinen Bock drauf! Wenn ich mir mal so angucke, was das jetzt gerade für eine unfassbar schlechte Fede war, die innerhalb von... So, so, du machst dich also nackig! Ich mach die Träume in der Lande! So, so! Und Randy Orton hat verteidigt gegen Big E! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle! Und ich sag einfach mal, es geht Richtung Wrestlemania, Elimination Chamber, ich werde wahrscheinlich wieder nichts kriegen!